Die Firma Nibling hat mir freundlicherweise ein paar ihrer Waffenreinigungsprodukte zur Verfügung gestellt. Hier möchte ich euch den Nibling Bohrblitz vorstellen. Der Bohrblitz ist ein Reinigungsschlauch, ein Gewebeschlauch, in dem in den Schlauch hier vorne ein Schwamm eingearbeitet ist, der das Reinigungsmittel der Wahl, hier zum Beispiel das Nibling Pulpo, das im Lieferumfang enthalten ist, aufgenommen wird. Und dann hier hinten direkt danach eine kalibergroße Gummikugel. Die bewirkt, dass der Gewebeschlauch in die Felder und Züge des Laufes reingepresst wird, um den Schmutz zu lösen. Und dann hier hinten erneut ein Schwamm, zum Beispiel für Schmiermittel, Waffenöl und noch eine Gummikugel. Ganz am Ende haben wir eine Schlaufe. Dort habe ich die Möglichkeit, hier diese kleine schwarze Schlaufe ist gemeint, dort habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel eine Reinigungsbürste einzuhängen, bei ganz hartnäckigen und groben Verschmutzungen im Lauf. Vorne eine Messingkugel mit entsprechender Kaliberangabe. Wie das ganze Ding funktioniert, zeige ich euch. Und zwar, wir nehmen hier das CLP-Reinigungsfluid Pulpo von der Firma Nibling und machen da großzügig ein bisschen was auf den ersten Schwamm vor. Dann von der Patronenkammer aus die Messinghülse in den Lauf einführen und ihn durchziehen. Dann nehmen wir den schwarzen Griff, wer das möchte, führt durch dieses Loch in der Mitte die Messinghülse durch, zieht das Seil durch, und wickelt ein wenig den Griff durch diese Nut und zieht den Reinigungsschlauch durch den Lauf. Ihr hört jetzt auch, das ist eine sehr enge Passform, die sich wirklich in die Felder und Züge des Laufes hereinpresst. Und das kenne ich von vergleichbaren Produkten, insbesondere aus den USA oder aus China, in der Form nicht. Die Passform ist hier zum Kaliber enorm gut. Und schon ist der Lauf picobello sauber, wie ihr sehen könnt. Lieferumfang des Bohrblitzes ist natürlich der Bohrblitz selber, der Reinigungsschlauch, der Zuggriff, eine Flasche CLP-Pulpo von Nibling, das Reinigungsfluid, und eine Sipploktüte. Die Sipploktüte hat die Bewandtnis, kenne ich auch von keinem anderen Produkt so, jeder kennt das eigentlich, wer diese Konkurrenzprodukte, gerade aus den USA, sein Eigen nennt, wohin mit dem Ding, nachdem ich die Waffe sauber gemacht habe, egal ob lang oder kurz Waffe. Meistens liegt das Ding entweder in irgendeiner alten Munitionsschachtel drin, in einer Dose oder wie auch immer. Die Firma Nibling hat sich überlegt, wir nehmen einfach mal eine stabile Sipploktüte, dort schmeiße ich den Bohrblitz einfach rein, packe meinen Pulver dazu, packe den Griff dazu, mache das Ding zu und habe wunderbar eine schöne, dünne, kleine Packung, die in jede Rangeback seinen Platz findet. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich eine Werkstatt habe, zum Beispiel, die mit den zwei Löchern, an die Wand zu hängen, an den Haken. Und ordentlicher und sauberer geht das eigentlich gar nicht. Den Bohrblitz gibt es in vielen unterschiedlichen Kalibern. Die Firma Nibling hat mir freundlicherweise verschiedene Kaliber zur Verfügung gestellt, die ich alle in einzelnen Videos auch nochmal demonstrieren werde. Hier, wie bereits erwähnt, Kaliber 357 Magnum, 9mm Luger, 38 Spezial, etc. Dann hier Büchsenkaliber 30, sprich für meine Winchester 30-30. Hier Büchsenkaliber Kaliber 22, sprich für die langen Waffen. Kann ich natürlich auch für die Kurzwaffe verwenden. Und dann hier zum Beispiel auch fürs Kaliber 12 Flinte. Jede dieser Bohrblitze hat eine andere Farbe und das hat den Charme, dass man allein schon anhand der Farbgebung des Bohrblitzes erkennen kann, für welches Kaliber der jeweilige Bohrblitz vorgesehen ist. Das gibt, wenn man mehrere dabei hat oder mehrere besitzt, eine super Möglichkeit, diese zu unterscheiden. Das Kaliber 9mm Luger, zum Beispiel erhältlich bei Shooters Corner in Butzbach, liegt bei 22,50 Euro. Und das ist ein absolut fairer Preis für den Lieferumfang, den man bekommt. Und der Schöne an der ganzen Geschichte ist, es ist ein Produkt made in Germany. Nibling Bohrblitz, vielen Dank an die Firma Nibling fürs Bereitstellen. Ganz tolles Produkt, Top-Qualität. Ich bin super begeistert und mein Lauf, wie ihr sehen könnt, ist absolut blitzeblank sauber.